Urdhva Mukha Paschimottanasana ist die nach oben schauende Vorwärtsbeuge. Ausgangsposition ist die Sitzhaltung der Langsitz, von hier beuge die Knie und fasse mit den Händen um die Füße und strecke die Beine nach oben hinaus. So schaust du leicht nach oben. Fortgeschrittene können dann noch probieren, die Beine immer näher zu bringen, bis das Kinn an den Schienbeinen ist und die Stirn an den Schienbeinen. Du kannst dabei entweder weiter mit den Händen an die Außenkanten der Füße fassen oder sogar die Hände um die Fersen geben oder die Hände falten um die Füße.